... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, freut euch das einfach genau! Der Militär hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen zur Radio SS! Die gesamte Generalität ist dem Zweiteis ein Haufen niederpreistiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verbinden... Ist das Feiglinge? Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkses! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behielt! Es hat mich gegen nur festgekriegt! Widerstand! Ich hab' weggelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle höhere Offiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch hab' ich allein, allein auf mich gestellt, den Verrauber erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jacke ich wie eine Kugel durch den Kopf! Ich bin ein bisschen help loader! Ich bin keine Wahnsinn! Lag so einfach Polanyi zu lassen. Wir halten auf den 4.5救en in. heated говорит Vielen Dank.